So, das gelbe Ding da, das sind... Ja, wir haben eh noch nicht genug Rom oder Schlüssel. Ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte. Ja, aber wir haben drei von sechs Schlüssel. Ein Eimer Wasser bringt auch so viel, wenn die Scheune gerade abbrennt. Boah, jetzt wird es aber langsam ein bisschen stöckig hier. Ja, da wäre neidisch, ne? Ja, da wäre neidisch, ne? Wollte gerade jemand sagen, nicht sein Wahnsinn? Ich glaube nicht. Na, doch so ein bisschen. Aber ich habe ja schon mal ein super Outfit. Und mache trotzdem noch hier Bonus mit Dingsbums. Die Dingsbums. Was denn? Er ist in mich reingelaufen. Lass mich doch. Jetzt vielleicht keine vier Kugeln wert, aber egal. So, mal schnell wieder die, äh, den kurzen Arm des Gesetzes loswerden. Und ihm gleich wieder in die Hände zu laufen. Das wäre lustig gewesen. Dude, einmal darauf. Die letzten Meter sind wie immer die schlimmsten. Vor allem mitten in der Stadt. Na, endlich. Höhe! Naja. Nicht so ganz wie beabsichtigt, aber es hat funktioniert. Mal sehen, was da unten vor sich geht. Scheint irgendwie kaputt zu sein. Ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Leo. Was war das? Wie, was? Verborgene Absender. Aber an mich, ja? 1506. Hallo Desmond. In deiner Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy hast du vielleicht von den höherrangigen Assassinen gehört. die euer Team unterstützen. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben, wenn oder falls Etsy Auditoris Erinnerungen aus 1506 freigeschaltet werden. Wir hoffen, basierend auf unseren historischen Recherchen, dass wir dir, äh, dass wir in diesem Zeitabschnitt wichtige Informationen für unsere Mission finden können. Mit Hilfe von Rebecca werden wir deinen Fortschritt überwachen. All dies ist streng vertraulich, deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, Quatsch. Ich will so wenige Leute wie möglich in diese Sache hineinziehen. Ich werde dich und Rebecca informieren, sobald die Daten, die wir suchen, gefunden wurden. Viel Glück, Desmond. Na wunderbar. Ups. Wo bin ich denn da reingestolpert? Da wünsche ich es verschwinden. Ich bin das so unausgerüstet. Salai, willst du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich halt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Äh, natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Dieses breite Lächeln übertrieben. Ähm, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai! Bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene. Ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Adormentata. Versuch's mal mit ein bisschen subtileren Lächeln. Das könnte vielleicht besser funktionieren. Ja. Leonados Assistenten Salai in der Diebesgilde finden und zur Leonados Werkstatt bringen. Mindestens vier Quadrate Gesundheitsanzeige behalten. Tja. Wirklich viel mehr haben wir ja gar nicht mehr, ne? Hm. Oh nö, das hier ist übrigens der DLC. Oder sowas ähnliches wie ein DLC. Der vielleicht ein bisschen was spoilert, aber... Es ist Assassin's Creed. Was ist da normaler als Erinnerung in anderer Reihenfolge zu erleben? Deswegen mal sehen, wo uns die Reise führt. Auch wenn das jetzt komplett unbeabsichtigt war. Da siehst du, ich hab sieben Quadrate. Und soll vier behalten. Das wäre schon im späteren Spielverlauf ein bisschen einfacher. Die Nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius' Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Ach, halt auch zu stressen. Und du hör auf, mich anzumachen. Tandalu. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr. Wir auch nicht. Präsident! Boah, du Penner! Würde sich jemand dazu begnügen, mich anzugreifen? Danke! So, noch eine. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung im Stand. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Nein. Gut. Ich laufe vor. Ihr hinterher. Es ist hoffnungslos, Povero Diavolo. Trotzdem, lieber du als ich. Das Leben ist kurz, also genieße das, was du hast. Alter, reite weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh, Mist. Kardinalspupo. Krass. So viele Handelswaren. Hat sich ja richtig gelohnt, hier mal so ein kleines Blutbad anzurichten. Kommt immer gut. Dann verzieh dich. Ich ernte hier nur, was ich gesät habe. In gewisser Weise. Wir haben ein Angebot zum Saisonende. Nur erhältlich in der Familienschmiede flussaufwärts. Zwei Bart-Äxte zum Preis von einer. So, so. Wunderbar. So, und jetzt nehme ich an, zurück zu Leonardo. Bitte, lasst mich hinbringen. Warum ich immer zur richtigen Zeit am falschen Ort. Ja, naja, nee. Dir geht's nur so wie allen anderen auch. Halalalalalalalt. Wenn ich hier schon so einen Steckbrief in der Nähe habe, kann ich ja eigentlich auch gleich abreißen, ne? Wer kann sich vor solch einem Mann verstecken? Niemand. Ey, 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 ey. Hierher. Jetzt wieder rein in die Stadt. Märter. So, wie weit weg ist das jetzt noch? Wahrscheinlich viel zu weit. Ich würde gerne mal wieder ein paar Borscher-Türme einreißen. Aber dazu müsste ich, glaube ich, der Hauptstory folgen. Der bin hier jetzt grandios dran vorbeigeschlittert. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Glaube ich. Weiß ich, wenn ich schon mal hier bin. Mitnehmen. Ich hab's ja noch. So, schon auf 6.000 alle 20 Minuten hast du gestiegen. Wird langsam. Dies scheint mir ein Ort zu sein, an dem ich nicht rumsprinten sollte. Ich mach's mal trotzdem. Und wenn ich schon mal hier bin. Gleich mal nochmal so einen Schnellreisepunkt freilegen. Wer weiß, ob man ihn wieder gebrauchen kann. Na hopp. Laufe. Was hab ich denn gemacht? Ach. Schau, einer. Guck. Lass los, du Penner. Was denn? Die haben mich angegriffen. Warum bin ich jetzt gesucht? Ist unfair. Wahrscheinlich kommen doch gleich die Pisswachen um die Ecke. Dann hab ich wieder sonst was am Hut. Ich auch nicht. Ich nehm nur, was mir gehört. So, vielleicht sollte ich mich jetzt langsam beeilen. Wahrscheinlich werden noch mehr von den Pennern hier auftauchen. So, hier dürfte es doch fast sicher sein, oder? Naja. Darauf ankommen lassen will ich es jetzt auch nicht. Was denn? Gute Leute, kommt. Bestellt eure Waren bei mir. Ob ihr Fresten, Statuen, Porträte, religiöse Werke oder andere Kunststücke, ich bin die logische Wahrheit. Wenn ich schon mal hier bin? Oh, ich mach mal schon mal. Guck mal, wie war das gerade? Nein, 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 nein. Sprechen. Also. 30.000 kann ich maximal sammeln. Das dauert ne Weile. Ne große Weile. Das dauert nevende. Bis zum nächsten Mal. Keep the fest.